Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Gesundheit, Karriere und Liebe an. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Gesundheit Es kommt nicht jeden Tag vor, dass Sie Ihren Mund öffnen und alles, was herauskommt, mögen. Bei der heutigen Astralkonfiguration könnte es Sie überraschen, wie leicht Sie sich ausdrücken können. Vor allem werden Sie in der Lage sein, Ihre eigene innere Stimme zu hören, die Ihnen genau sagt, was Sie brauchen und wann Sie es brauchen. Wenn Sie morgens aufwachen und hören, ich habe Durst, versuchen Sie zu verstehen, dass die Stimme Wasser meint, nicht Kaffee. Hören Sie gut zu und geben Sie sich selbst zuerst, was Sie brauchen. Karriere Ein Gespräch mit einer spirituellen Person wird Ihnen helfen, viele Ihrer beruflichen Sorgen zu lindern. Nehmen Sie sich die freundlichen und beruhigenden Worte dieser Person zu Herzen. Spüren Sie die Ruhe in sich, anstatt sich von der geistigen Belastung durch Ihre Arbeit überwältigen zu lassen. Liebe Der heutige Tag könnte ein warmes und wohlwollendes Gefühl in Ihnen auslösen. Wenn Sie sich in letzter Zeit etwas distanziert und unnahbar gegenüber Ihrem Partner verhalten haben, sollten Sie vielleicht die gute Tat vollbringen und versuchen, zur Abwechslung mal mit ihm zu reden. Möglicherweise werden Sie jedoch keine Antwort erhalten, da Sie inzwischen Ihrer humanitären Einstellung überdrüssig geworden sind, die die ganze Welt liebt, sie selbst jedoch völlig ignoriert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald!